Ich schreib doch nicht viel in Land, ist doch egal. Du bist doch eh alles ein und dasselbe. Nein. Doch. Für mich nicht. Okay. Wow. Geht doch. Wie fahre ich denn jetzt am besten? Gomme ich denn da besser hin? Scheint so. Dann farmen wir Feld 14 Gruppen und Feld 47. Na ich hoffe das ist diesmal so richtig hinhaut hier mit Autodrive. Ne ach. Doch Autodrive. Autodrive. Bist du dir... Bist du dir ganz sicher? Ja. 100% ist safe. Aha. Okay. Wenn du das sagst, dann stimmt das. Ich muss hier einfach mal ganz kurz die Autodrive Einstellung. Mach das. Wo war das? Automatisches Verbinden Start. Nein. Will ich nicht. Warum? Ja. Weil er nur Scheiße damit macht. Sicher? Ja. Ziemlich sicher. Echt? Ja. Okay. So. Da hab ich die Kurve zu weit genommen, da muss ich die Dings hier ein bisschen anpassen. Oh ne doch da. So. Feld 14. Ja, mach mal das Licht an Digga, passt schon, manchmal ne, ach was soll's. Ja, auch wenn's langweilig ist, aber es gehört dazu, mit Grubbern und Hasse nicht gesehen und fliegen und Autodrive-Kursen einfahren. Ja, das gehört noch nicht unbedingt dazu, aber... Naja, das ist ja sowas, was du nebenbei machst, das geht ja schnell. Ja. Ich hab mich jetzt ja damals auch schon bei Curseplay so angewöhnt, niemals extra Kurse dafür einfahren, sondern immer nur das, was du brauchst. Und während du's machst, es ist einfacher, spart Zeit und Nerven. Ja, aber irgendwann brauchst du's ja für die ganze Karte. Weißt? Ja, Bus, dann fährst du halt nach und nach die Kurse ein. Immer nur dann, wenn du sie brauchst. Das sieht aber... Ah, das sieht ja an Arbeit aus. Ui... Jetzt hab ich den Drehbohm. Ach was soll's. Da wird ein Rund kagelt. Ja, bloß wo kriegt man jetzt eigentlich überhaupt jetzt hier günstig Wasser her? Bleibt ja nur dieses Hydrantenpack da oder was? Ja. Scheiße. Arsch ist blöd. Ja, ich denke nur mal ne. Vielleicht sollten wir uns das ja auch noch holen. Eventuell. Weil wenn wir wirklich mal auf Kuh und so gehen wollen, auf Kühe und Schweine und Schafe. Ja. Echt nicht? Nein. Oder zumindest. Ja, die brauchen Wasser. Nein. 22 hier nicht mehr. Die werden automatisch mit Wasser versorgt. Stimmt. Ja gut, wenn wir denn mal in Gewächshäuser machen wollen. In Gewächshäuser? Ja. Dann denke ich mal sollten wir uns das Eventuell doch mal überlegen. Definitiv. Auf jeden Fall. Dass wir dann halt da irgendwie ne Wasserquelle haben. Weil sonst bringen uns die Gewächshäuser ja auch nix. Oder sehe ich das verkehrt? Nö. Siehst du. Also. Wohin. Ja. Immer mit der Ruhe. Ja. Man kann das Geld gar nicht so schnell ran holen, wie du das ausgibst. Hä? Wer gibt denn hier, wer gibt denn hier Geld aus? Wann habe ich denn das letzte Mal Geld ausgegeben hier? Gar nicht. Das ist aber nicht gleich bockig. Doch. Was? Was? Hä? Hä? Was? Hä? Hä? Hm? Was? 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 War wahrscheinlich wirklich nicht das intelligente, das hier so abzuladen. Aber mein Gott. Echt? Halt die Klappe. Okay. Aber Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, André. Du mich auch. Ich weiß. Hey komm Alter, Spaß muss sein. Was? Was? Ich werde den Stream aber auch gleich weit ausmachen. Boah, da sind jetzt schon fast drei Stunden auf der Uhr. Ja. Also. Bei mir sind es schon. Bei mir sind es schon drei Stunden. Ja. Du hast die Aufnahme auch ein bisschen früher gestartet. Ja. Und hier wird bei mir auch einiges rauscutten müssen. Die letzte Folge wird definitiv kürzer. Warum? Weil ich einiges wegcutten muss. Okay. Ich eigentlich so das vier habe so 30 Minuten Folgen nicht drunter, aber die letzte würde wahrscheinlich unter 30. Warum? Weil eigentlich 30 Minuten. Ja? Warum 30 Minuten? Sag Bock drauf haben. Okay. Alles gut. Sorry du Model. Weil 20 finde ich zu kurz. 15 sowieso. 25? 25 ist eine ekelhafte Zahl. Dann nehme ich lieber die glatten 30. Denn nimm 25,5. Ich hau dir gleich den Hals doch. Wieso? Warum weil du frech bist. Einfach weil ich es kann. Okay. 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 Da walzt du schon wieder alles platt. Wer? Na wer ruhig. Achso. Und dann machst du nachher auch so? Oder? Ja. Ich meine. Ich will jetzt sagen wir machen wir meine Mission hier zu Ende. Ja mach mal. Ich bin noch bei. Und dann passt das erstmal. Ja alles gut. Für die erste Session. Ja. Auf jeden Fall. Ich muss mir sowieso noch was einfallen lassen. Wie ich das nachher mache. Wenn ich den folgen cutte. Da muss ich ja zwischendurch immer noch eine Anmode reinschmeißen. Musst du nicht. Ja. Müssen nicht aber. Du kannst. Finde ich irgendwie besser. Ja. 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 So wie man es halt möchte. Ja. Eben. Also alles gut. Ich muss mir erstmal überhaupt so ein richtiges Profil da bei YouTube überhaupt machen. Ja. Ich habe mehrere. Und dann läuft es bei dir. Ja. Ich habe zwei Kanäle erstellt. Aber den zweiten Kanal. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Wieso. Das erkläre ich dir mal. In Ruhe. Off topic. Okay. Bringst du denn jetzt alles. Äh. Die Ballen alle weg. Ja. Knabber. Okay. Also beziehungsweise Autodrive ist dabei zu fahren. So kann ich meine Hände zwischendurch ein bisschen aufwerfen. Ja. Was ist denn los mit dir? Bist du schon wieder mädchenhaft oder was? Ja. Ich pusse ein bisschen rum. Was dagegen? Pussy. Pussy. Waschkeks. Hehehehe. Pure Liebe. Auf jeden Fall. Hassliebe. Mehr Hass als Liebe. Hä? Was denn? 88.999. Ah. 120 Euro Lohnzahlung. Ja. Ich muss den Lohn auf 50. Nicht. Auf 1000%. Ja genau. Auf 50% runterstellen. Oh. Guck mal. Wir sind. Pleite. Was machst du jetzt hier? Wenn er den jetzt auf 1000% runterstellt. hoch sitzt. Dann sind wir pleite. Kann man so sagen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Hat er denn noch viel weg zu bringen oder wie? Nö. Nicht mehr all zu viel. Okay. Na ich bin auch schon bei 96%. Also ich glaub. 97. Vier Ballen. Vier Ballen. Wurden schon reichen. Ha. Bring weg den Scheiß. Brauchen wir doch ich nicht. Na doch. Zum Lagern. Wenn das ruhig später mehr wert ist. Beißen wir uns wieder im Arsch. Wir haben nicht mal eine Lagermöglichkeit. Klar. Die Ballen. Die kannst du einfach stehen lassen. Die Ballen. Und dann faulen die. Und dann. Was sagt ihr. Der beim. Über Felderrasen. Nicht auf Realistik setzt. Hä. Ja. Ja. Natürlich. Das macht jeder im Bauhäuser so. Ja. Sei froh dass ich keiner bin. Die Landwirtin. Entschuldigung. Jetzt stell dir mal vor. Ich wäre Landwirt. Wird. 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 Weil wer nix wird 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 wird. Landwirt. Ja. Ja. Logo. Schnitzelbaum. Ja. Schnitzel. Ja. Schnitzel. Ja. Was ist los. Schnitzel sind aber auch einfach geil. Ja. Ist wirklich so. Ja. Jetzt hab ich Hunger auf Schnitzel. Oh. Ne. Keine Pommes dazu. Schönen Kroketten. Mega. Pommes? Ach fuck. Ja, hol ich morgen. Wir haben diese Speckstreifen haben wir noch. Wir brauchen aber Hülsen. Achso, dann geh doch zum Netto. Ja, mach ich ja auch. Ja? Von hier bis zum Auto, ne? Mach ich doch. Ist weit genug? Denk ich mir mal. Keine Ahnung. Wird schon. So, ich nehm zur Sicherheit 6 Ballen mit und dann dürften die 4% da sein. 3. Und wenn wir irgendwann mal Lust haben, kloppen wir Cards Against Humanity oder was? Ja, ich hab das noch nie. Oder geh bei Ready or Not ein bisschen ab. Zu zweit. Dann vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr ran. Ja. Na, da bin ich raus. Das ist nicht mein. Alles gut. Ist nicht schlimm. Na, da werden wir, glaub ich, auch schon tot, bevor ihr die Busse gestartet habt, wenn ich will spielen. Gar nicht weiter wild. Seit Cards Against Humanity haben wir beide noch nie gespielt. Echt nicht? Nein. Ohne Witz jetzt. Da will ich nämlich plattfahren. Wem willst du plattfahren? Angol. Du ihn. Und fahr ihn über. Habe ich versucht, aber eher schneller als nicht. Das ist doof. Ne, das haben wir echt noch nicht gespielt. Noch nie. Da fällt sie einfach durch mich durch. Ja, hoffentlich. Beim Fuß soll sie dir fahren. Er speichert gerade. Quatsch. Nein. Deswegen hackt das hier auch nur so. Achja. Die Mission dürfte jetzt eigentlich auch schon rum sein. Dann fällt 90 und 25 wirklich so groß, dass er gleich einen Krone mitgibt. 25 geht und muss die 90 da. Hä? Was bei euch? Haben die Bauern zu viel Geld oder was? Wieso? Ja, weil die zum Mähen statt normales Mähwerk hier den Krone Big M oder was das da ist mitgeben. Okay. Zum Ausleihen. Was hast du jetzt eigentlich, willst du immer jedes Mal mit Rasen mähen? Hä, wieso? Bei den Pressen, Entschuldigung. Ja, geht schnell und einfach. Schnell und einfach? Dann musst du Düngemission annehmen. Das geht schnell. Bin ich denn doof? Willst du doch auf eine ehrliche Antwort? Sei ruhig. Nein, will ich nicht. Nein, möchte ich gar nicht. Warum will ich den doch einfach wegfahren lassen? Ich kann doch einfach die Mission bähen. Ja, kannst du auch. Zack. Oha, 24.000. Die Ballen liegen immer noch da, super. Tja. Wie würdest du die Ballen jetzt wegkriegen? Ja, später. Später. Ja, später, Peter. Okay. Aus Hacke-Peter mit Kacke-Später. Ja, auch das. Guck mal, 60% hab ich fast. Guck mal hin, wo ist er denn? 37.40, ne? Nee, auf die 14. Hm. Alter, haufenweise Flügemissionen drinne, ne? Ja, auch nur weil wir Flüge anhaben. Gibt aber gutes Geld für. Ja, weil es halt auch Ewigkeiten dauert. Ja. Das stimmt wohl. Ach ja. So, wollen wir das ausmachen? Können wir tun. Gut. Ja.